Ich finde es eigentlich relativ gut, vor allem bei so Krankheiten, wo man sich zum Beispiel auch vorbereiten muss, also weiß ich nicht, zum Beispiel Trisomie 21, dadurch, dass es dir finanziert wird und dass du Bescheid weißt, einfach auch auf Situationen vorbereiten kannst, die man so nicht erwartet und es nicht irgendwie so ein Schreckmoment ist bei der Geburt, dass du sagst, okay, jetzt ist mein Kind krank. Also ich finde erst mal gut, dass jetzt quasi gleiches Recht für alle geht, weil diese Tests gab es ja vorher auch schon und die konnten sich dann eben nur die Leute machen, die sich das auch leisten können und ich finde erst mal gut, wenn sich das auch alle anderen Frauen, die vielleicht vorher das Geld dafür nicht gehabt hätten, denen diese Möglichkeit auch zukommt. Trotzdem finde ich, gehört vorher eine gute Aufklärung durch den behandelnden Arzt, Ärztin dazu, was es denn, wenn bedeutet, also so, dass sich jeder vorher überlegen kann, möchte ich diese Information haben oder nicht. Das sollte mit verbunden sein, also eine ausführliche Aufklärung, wie bei jeder anderen Gen-Diagnostik auch. Ja, das finde ich in Ordnung, weil ich denke, das kann jeden betreffen, egal aus welchen Berufsschichten, Altersgruppen, es gibt ja viel Spätgebärdende, also ich würde das auf jeden Fall befürworten. Ich würde sagen, dass es so ist, dass die Frau selber entscheiden sollte, gerade wenn die Frau schon etwas älter ist, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die so mit Hilfe kommen könnte. Ich finde es gut, dass es übernommen wird, aber ich würde auch alle respektieren, die sagen, ich möchte das nicht machen. Jeder sollte selbst entscheiden, ob er dieses Angebot annimmt. Ich persönlich würde es annehmen. Ich finde, wir sollten uns dafür einsetzen, dass Frauen selbstverantwortete Entscheidungen treffen können, dass Behinderte besser inkludiert werden in unserer Gesellschaft und insgesamt finde ich aber die Einführung dieser Kassenleistung richtig. Ich vermute mal, wenn das jetzt gerade, also wenn das so sehr, sehr hürdenlos vonstatten gehen kann mit diesem Test und wenn es dann noch gerade bei jüngeren Frauen ein falsch positives Ergebnis gibt in gehäufter Form, dann finde ich das doch sehr, zumindest sehr überlegenswert. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass Ärztinnen und Ärzte das zumindest sehr bewusst kommunizieren, diese Möglichkeit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch mehr Bildungsarbeit in dem Thema macht, also gerade um auf die Gefahr von falsch positiven Ergebnissen hinzuweisen, aber auch, weil wir einfach mit der Inklusion in unserer Gesellschaft noch so weit zurück sind, und vielen, glaube ich, auch gar nicht bewusst ist, wie so ein Leben mit einem Kind mit Behinderung irgendwie möglich ist. Und ich glaube, das kann nur einhergehen mit einer größeren Sensibilisierung und auch viel Aufklärungsarbeit, also gerade zu Risiken dieser Tests und auch den Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern mit Behinderung.